ARD Text im Auftrag von Funk Wir starten, 3, 2, 1, GO! Verdammt, ich dachte, Tobi sagt jetzt was. Leute, herzlich willkommen zurück zu TTT. So, TTT mit Mushroom und allen anderen Mongos vom letzten Mal. Na! Na! Mit Mushroom und Arnold. Mit Mushroom und Arnold. Was? Er hat schon einen gemacht. Echt? Aber es war eine Preparing-Phase, oder? Ey, er ist missing in action. Willst du den vielleicht confirm? Ja, war ich gerade. Hab gerade erst mal eine Waffe gefunden. Ey, ist kalt gemacht. Sorry. Ja, okay. Ist nur Michael. Was? Hallo Lutz. Achso. Hallo Lo. Hallo Lo. Hallo Lo. Hallo Lo. Hallo Lo. Hinter dir. Direkt hinter dir. Schmeiß da proper direkt hinter dir. Hau da ab. Ich hab die Sword-Off. Ich hab... Weiß nicht überhaupt. Scheiße. Du hast eine Sword-Off. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Äh. Äh. Sebastian läuft hier ohne Waffe rum, okay? Oh! Ja, ich hab die Card gewechselt und nicht schnell genug gewechselt. Haha. Ich bin Sam Fischer. Sam Sam Fischer. Ach Peter, jetzt geh doch weg. Peter Lee. Peter, Peter da. Alter, da kann man nicht Mushroom. Oh Gott, da ist ein Tinti. Mein Gott. Ich bin erwischt Mushroom. Alter, bist du rum? Komm mal rum Mushroom. Ich möchte auch, bitte. Oh, da ist ein Ballon. Ich will da hoch. Alle auf dem Ballon. Ohhhh. Alle, alle drauf. Habt ihr die schon mal gespielt? Nein. Nee. Nie in der Aufnahme. Ich hab sie einmal ausgesucht dabei. Also wenn ich jetzt da hochgehe, bin ich garantiert tot. Hallo. Hallo Lutz. Mag die Leute in dem Spiel nicht. Warte, deine Weapon ist pink. Warum ist die pink? Der doch nicht. Oh, Lutz. Mach schon. Uh. Peter. Mein arm ist pink, ne? Vertrau niemals einem Holländer. Oh scheiße, warte mal. Scheiße gelaufen. Moment mal. Hab ich ne Disco? Ja wunderbar. Oh shit, oh shit, da fliegt einer. Wer ist da grad geflogen? Dafür gar nichts. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Das sag ich dir doch nicht. Da ist wieder herunter geflogen. Ja, die auch oder fliegen die nur. Also mach, 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 mach. Ich wurde beschossen, ich wurde beschossen. Flutz ist runter geflogen. Wo seid ihr denn? Selbst sagt da an, wo du bist? Ja, wenn ich das wüsste auf der neuen Map. Ich glaub ich wurde vergiftet. Da ist Andi, Andi, ich seh dich. Ich wurde vergiftet. Glaubst du es so? Ich weiß es, ich krieg Schaden. Ach, ich hab nicht die Poison gang. Ist aber nicht die Poison gang. Also ich hab nicht dieses... Rips, Steve. Boah. Ach, Maschum hab ich identifiziert. Da hängt noch einer. Ne, den hab ich identifiziert. Wie viel Leben machst du noch? Ich weiß nicht, ich konnte nicht identifizieren. Ich hab noch 60. Geht das weiter runter oder bleibt das? Erst hab ich 58. Wow. Was anderes als ne Poison gang jetzt oder wie? Keine Ahnung, es geht langsamer glaub ich. Und ich hab auch nicht diesen grünen Bildschirm und ich schreie nicht die ganze Zeit, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich such mir jetzt irgendein ruhiges Plätzchen zum sterben. Ich wurde auch mal geschossen. Ich glaub, die hocken noch oben auf dem Ballon. Ja, aber vom Ballon kann der... Friendship. Wow. Alter, der hat mich bei einer erwischt. Der ist direkt neben mir. Wo ist der runtergegangen? Schon wieder angeschossen, jetzt lass es doch mal. Jetzt störe ich die ganze Zeit. Natürlich. Also einer ist safe noch auf dem Ballon. Achso. Ja, ich geh da runter. Ich hab Angst, wenn hier gesnipert wird oder was. Ja, guck mal, der ist direkt neben mir gesetzt worden, dieser scheiß Ding. Echt das? Ja, ja, dieses scheiß Friendship. Wieso kann ich diesen scheiß Typen nicht identifizieren? Ich bin tot. Oder auch nicht? Päusend, meine Freunde. Päusend. Man kann doch mit Alt E, kann man doch Buddies identifizieren, oder? Das gibt man mir einfach nicht. Du kannst auch nur E trücken. Das ging von mir auch nicht. Aber ich war ja noch am Leben, ist mir dann eingefallen. Na gut, dann weiß ich auch nicht. Aber hat kein Mensch mitgekriegt. Danke. Ja, Arnold. Die neue Poissengander ist scheiße, die braucht viel zu lange, um die Leute zu zählen. Das ist keine Poissengander, die du benutzt hast. Äh, ich hab weder einen Traitor gekült. Gibt's die normale Poissengander noch? Jaja, die gibt's auch noch, jaja. Wieso, das ist eine... Ja, wenn du die Runde beendest, ist ja schon ein Punkt, glaub ich. Ja, ne, aber ich hab ja einen erschossen. Aber nur 10 Schuss. Dumm. Ich hab einen erschossen, hab weder Punkte dazu bekommen, noch abgezogen. Ja, der hatte Dead Ringer, der hatte Dead Ringer. Achso. Ich hatte einen Dead Ringer, du hast mich nicht erschossen. Achso. Verdammt. Der faker Peter. Kann ich doch besser arbeiten. Oh, wär ich fast runtergefallen. Hau ab. Schade. Ich hau nicht ab. Schade. Andi, 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 Andi. Ich geh immer hier lang. Ich wurde angeschossen. Wie wird... Junge. Hebel geschossen. Oben. Oben ist einer. Lutz war Traitor. Oh, aufm... Ballon oder wie? Und... Nein, auf diesem... Bei dem Brunnen. Lutz war Traitor und einer wurde wecker snipet. Andi wurde wecker snipet. Vom Ballon oben. Vom Ballon oben. Michael ist es. Michael ist es. Oh fuck, das geht ja. Michael ist der letzte. Michael ist der letzte Traitor. Mama. Alter. Mike, das ist der Ende. Boah, nein. Alter. Mit Ansage. Michael, alles deine Schuld. Michael, alles deine Schuld. Ich wurde wegen dir weggebommst. Ich habe mich nur unschuldig in die Ecke gesetzt und du hast jemanden angeschossen. Dann habe ich auf die Fresse gekriegt. Lutz, ich glaube, ich habe dich sogar getötet. Nein, das war schon ich, aber nur zwei, drei, der mich hätte irgendwie antischen können aus meiner Sicht. Aber danke für den Traitor, der die Sniper dort hochgebracht hat. Ich habe ja mit der Sniper gar nichts getroffen, gerade, Alter. Ich habe schon irgendwie so 80 Schüsse gebrockt, um Anni überhaupt einen Eimann zu treffen. Und dann treffe ich mit dem ersten Schuss, den ich außerdem abfeuer auf meinen Traitor-Kollegen. So muss das. Peter? Ja, ich bin hinter dir. Nimm dir. Hi. Hallo. Lass mich da durch. Andi, 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 Andi. Undi, Andi, 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 Es ist. Was? Du hast auf Dings geschossen da. Andy? Tommy! Mach schon mein Freund, du kommst da nicht mehr rein. Michael ist tot. Wenn ich tot bin, ist ein Maschum. Achso, Andy hat Michael gemacht. Ja, Andy ist KS. Von der Shotgun, ja. Ich hab ein kleines Problem. Kleine Snitch, du. Bleib hier, Maschum. Wer den Ballon hochkommt, stirbt. Oh, oh, Ansage. Ich geh wieder runter, ich geh wieder runter. Ich geh wieder runter. Bleib da drinnen. Ja, aber hier, Andy ist doch schon safe Traitor. Ja, aber Maschum auch. Ja, dann siehst du, dann kann ich tot. Und deine Freunde auch. Oh, Maschum. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, Maschum ist es. Andy ist tot. Andy war Traitor. Alles klar. Bastian ist auf dem Ballon, gell? Nein. Moment, ich hätte dich wegmachen können. Wie, nein? Ja, ich weiß. Tom ist für mich proven eigentlich. Ich hab jetzt Sebastian auf dem Ballon gesehen. Er sagt nein. Oh, ich bin nicht vor runter. Verbunden C4 kaputt gemacht. Ich wär fast hier irgendwo runtergefallen. Jungs, ich wär fast hier irgendwo runtergefallen. Woll ich nur mal irgendwie einladen. Ich habe das Gefühl. Was wärst du gerade? Ich wär fast hier irgendwo runtergefallen. Ah, okay. Ich hatte grad so einen schiegen Herzinfarkt, weißt du. Peter, was machst du da? Was? Peter? Peter hat den... Arnold? Nein! Arnold! Ich hab gar nichts mehr. Wer ist jetzt? Michael? Lutz! Lutz! Oh, ich hab mich ja... Alter, dieses Schfickleiter. Ich wollte die Leiche wegschaffen. Bist du mir leid? Ich hab nur gesehen, oh, da schafft einer eine Leiche weg. Ja, ich hab doch noch gecallt, dass ich Andi getötet hab und das Traitor war. Oh, Mann, das krieg ich gar nicht mit, Alter. Du, ich krieg gar nicht mit? Das ist für mich alles viel zu schnell. Äh, Arnold, du probierst hier wieder deine Position zu vertuschen, wenn du mal wieder Traitor bist, ne? Deswegen findest du jetzt die ganze Zeit wieder Inno-Send. Oh, ich bin wieder in Inno. Oh, es tut mir so leid. Das ist so schade. Ja, noch. Gleich tut's dir richtig leid. Gleich bin ich Traitor, dann kann ich erstmal abwarten. Oh, Scheiße. Warum? Ich hab direkt 50 Schaden bekommen. Andi, Andi, Andi... Aua! Wer ist das? Ich weiß nicht, durch was, aber ich hab direkt Schaden bekommen. Ich möchte die Map nicht mehr spielen, ich falle die ganze Zeit von irgendwelchen Gebäuden runter. Bist du tot, oder was? Nein. Ich suche gerade Mushroom. Sonst dürfte ich ja nicht mehr reden. Mushroom ist unter dem Ballon. Ah, Mushroom, mein Freund, wir kommen mal zu dir. Ich kasse dieses scheiß Leiter! Oh, shit. Oh, dass wir gestorben haben. Äh, dass ist einer gestorben. Auf'n Ballon. Auf'n Ballon, ja. Noch einer auf'n Ballon. Ich hab'n Traitor gemacht. Ja, ja, confirm. Ey, warum? Der Trottl hat Maschnu getötet. Aber einfach so. Du kriegst die Leicht die runtergefangen, aber ich find's so nicht. Und ich kann Maschnu nicht konfirmen, weil ich gerade... Runterfall. Was war da? Hä? Ach, die fallen alle aus der Map? Warte, ich geh da hoch und guck, ob Dremel... Wollt ihr mich verarscht? Ja, ich hab' irgendwie so das Gefühl, dass wir da unten... Ja? Wer ist es? Wer ist es? Der unten vorm Ballon. Der guckt so ganz blöd die Leiter. Hoch. Äh, alles klar. Ich weiß nicht wer's ist. Ich bin gleich beim Ballon. Ich bin's. 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 Sorry, Andi. Ich hab dir am Anfang 50 damage gemacht. Ja, ich hab das schon gemerkt. Ich bin's. Scheiße. Ich muss sagen, ich wär sogar wiederbelebt worden. Wodurch hast du 50 Schaden gemacht? So. Ja, ich hab aus Versehen die Insti am Anfang geworfen. Ja. Ah, okay. Ich dachte, ich hab nicht meine eigene Schaden bekommen. Ihr kennt das Portal direkt auf dem Ballon. Die Runde hat so viele Punkte gegeben da. Michael ist AFK, glaub ich. Ich glaube, ich lecke durch die Gegend. Nein, der ist nicht AFK, der ist salzig. Du bist das Holti. Ja, du siehst doch ziemlich aus. Leute, ich teleportier mich. Da kommen gleich ein Salzbissfall aus deiner Haare raus. Ach, nee, stopp. Ich nehm es zurück. Das ist so ein... Ah, okay. Ah, Traitor Perk. Alles klar. Nein, das ist irgendwie... Hier unten gibt's so zwei Gänge, wo du irgendwie nur in eine Richtung durch kannst, und dann bist du aber ganz schnell. Mach schon, wir wollen hier runter. Wir wollen hier runter. Ja, komm, 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 komm. Ohne Totschap gehen wir jetzt hier runter. Oh, das ist so. Wir versuchen es, wir versuchen es an dir ganz kurz. Okay, hart von mir. Ich geh wieder hoch! 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 Ich bin wieder hoch! Ich musste ganz kurz weg. Aber bin wieder da am Start. Ich tötet dich! Also ich versuch's. Michael legt hier durch die Gegend? Äh, hier ist einer. Ja, ich weiß, mein Ping ist grad ein bisschen hoch. Pass auf, ich hab ja nix in der Hand. Ja, okay. Verpiss dich! Ich hab ja nix in der Hand. Du, da kommt. Ja, danke, 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 danke. Au, ab! Komm mal, schon, komm her. Ey, der Rekleleif ist tot. Ich hab ja nix in der Hand. Halt Small, ich verpiss dich! Nein, warum lässt ihr die los? Legt dich unter Small, Onkel. Wieso ist Lutz tot? Äh, Lutz liegt hier mitten auf dem Dingsplatz. Ich hab keine Ahnung wer den geklirrt hat. Ja, durch was? Durch was? Ich nicht. Ich muss einfach schon umtreumen. Durch was ist der gestorben? Äh... Ein Headshot. Lol. Ja, mit? Ah, Sniper. Er ist oben auf dem Ding? Ja, relativ wahrscheinlich muss es ja dann einer sein, wo oben ist. Alter, in diesem Luftballon, wenn man da hochgeht, bei der Treppe... Äh, lohnt sich nicht, der Bild. Alles gut. Äh, bei der Treppe ist hinten dran ein Knopf, der teleportiert einen. Ja. Hallo, Andi. Äh, hier hat jemand einen Traitorfall in der Mitte aktiviert, dass man hier runterfällt, ins Loch. Habt ihr gehört? Äh... Warte, was garantiert? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja. Ja, wir haben alle gelebt. Ja, aber wieso bin ich dann auf einmal auf dem Ballon oben, wenn ich unten war? Schon Anfang der Runde geholt. Der deutsche Partei. Ich bin nicht durchs Partei. Warum bist du scharf, Mann? Warum bist du scharf? Wer hat versucht sich zu wehren? Außerdem kann ich das nicht so bezeugen, Marschum. Nein, natürlich nicht. Ey, also stimmt schon. Ich hab Marschum ein Ding. Ja, das ist halt beide Traitor. Okay. Warte, ich mach TNT kaputt. Sepp! Ja? Sepp hat oben eingekillt. Wo oben? Äh, oben auf dem Ballon. Ich hab Sepp gemacht. Der stand grad, der stand grad direkt neben, äh, Mike. Und hat den quasi versucht zu vertuschen. Halt's Maul. Andi, wie bist du gestorben? Oh, oh, warte. Ey, da verpiss dich. Ey, da ist es so einfach. Sepp muss es sein. Also muss es sein. Ich kann nicht, ich kenne mich halt gar nicht aus. Warte, also entweder bin ich, entweder bin ich mit zwei Traitern. Nee, ich lebe auch noch. Naja, sag ich ja. Achso. Mein Ding muss es doch hundert Produkten gewesen sein. Der stand neben der Leiche einfach so. Hm, ja, ist okay. Geh mal kurz gucken. Ja, er war Traitor. Alles klar. Wow. Ja, aber Marschum, du bist irgendwie Traitor. Ähm. Ich bin irgendwie Traitor. Oh fuck. Es ist, es ist, es ist Peter. Mach Peter, mach Peter, mach Peter, mach Peter. Ja, mach du ihn. Ich bin jetzt nicht. Hallo? Ich bin confirmed. Er ist der letzte, der er noch wohnt. Ja, ja, aber trotzdem. Ja, ja. Dann mach ihm das schon. Äh, Dodge, Dodge, Dodge. Sorry, Tom, sorry, Tom, sorry, Tom, sorry. Mach ihn weg. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Geh runter. Geh runter. Geh runter. Wo seid ihr? 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 Ja, ja. Er hat den Teleporter benutzt. Nein, ich bin auch hier unten drin. Ja, ja. Ah, stimmt. Ja, hier, ich bin hier unten. War es ein Wichser? War es ein Wichser? War es ein Wichser? Wo ist er? Nee, Dodge. Er war es halt wirklich nicht, aber er wollte eine Disco hochwerfen, sodass ich runterfliege. Mach es schon, du blöder Wichser. Er hat Ding, er hat Ding drin. Ja, ich hab dich getötet. Er hat Second Chance oder so. Ich hab... Nein, ich hab ihn wirklich getötet. Ey, ich hab... Hast du gar nicht? Wo seid ihr, Mann? Klar, du blöde Nutze. Wo seid ihr? Ja, aber du blöde Nutze. Och ne, Dodge ist es. Ja, aber du blöde Nutze, ey. Ach ja. Also, wissen wir, Dodge ist es. Aua! Feder! Oh ne, hier ist ein Maschum. Ich bin maximal verwirrt. Oh! Oh! Ich glaube, du verarscht mich gerade. Ist er das schon wieder, Ding? Ich glaube, du verarscht mich! Geh weg! Er, er hat mich angeschossen, Mann! Wie viel Zeit, Maschum? Bei mir nur noch 11 Sekunden. Das geht nicht. Wie! Muss es sein? Maschum kann es gar nicht sein. Das ist Peter, aber... Trust me. Er hat ja eben noch gesprochen, also... Ja, ja. Ab dem ich ihn eigentlich getötet habe. Er hat auf mich geschossen, Mann! Ich hab mir noch 29. Ah, er schießt auf mich. Aber ich weiß nicht, von wo. Wo ist er? Ja. Wenn ich sage, ich weiß nicht, von wo, dann meine ich... Sorry! Schon ein bisschen, ne? Also... Ah, von oben! Vom Tower! Vom Ballon! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Wo bist du? Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ich wollte das scheiß gleich identifizieren und du ballerst mich einfach weg! Ah, neun! Nein! Was war das? Keine Ahnung, Mann! Leute, vielen Dank fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschau! 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 Tschau!